hallo und herzlich willkommen zu mr luke zock pro cycling manager 2023 parallel zur katalonien rundfahrt die ihr beim letzten mal gesehen habt findet auch der ein oder andere klassiker statt den start machen wir direkt am 18 dritten mit mailanzern remo das ist diesmal sogar zeitgleich mit der katalonien rundfahrt somit musste ich mich bei einigen leuten auch entscheiden endlich was auf die gita ein paar klassiker fahrer und natürlich einen guten sprinter plus anfahrer wir sind im prinzip für alles gut aufgestellt wir haben noch knapp 37 kilometer jetzt geht mailanzern remo erst so richtig los wir haben hier attacken und durchaus namen die man auf dem zettel haben muss künkt rentien lascano noch vor laci pressa ungewöhnlich für pcm hätte ich eigentlich sogar mal ein mitgehen mitschicken sollen ich habe nämlich auch überlegt bei g pressa anzugreifen jetzt sind die sogar noch davor weggekommen kleinen abstand rausgefahren und die ausreißer eingeholt verdammte axt was machen wir jetzt ich will mal folgendes machen ich versuche mal mit von poppel und lasso nach vorne zu kommen einfach mal ein bisschen was anderes ausprobieren so und dann machen wir einfach mal mit beiden hier irgendwie führungsarbeit 89 gerne mit den anderen zusammen klappt nicht so ganz der rest unserer truppe soll natürlich erstmal im hauptfeld verbleiben also jetzt bringt sogar laut von art damit jetzt habe ich irgendwie mal ein bisschen andere konstellation ausgelöst koi und von art lol und lascano von poppel immer raus also auch die von jumbo erfahren es wäre mal interessant ich meine gegen fahrt art und koi wäre das jetzt nicht so die geilste konstellation aber hatte ich noch nie in msr also mal ein bisschen anders naja in jedem fall unser sponsoren ziel ist das rennen hier zu gewinnen wir haben ja mein land turin bereits gewonnen und der sponsor möchte hier das double der beiden italienischen klassiker naja gut man hat hat jetzt auch nicht komplett durchgezogen ist klar stefan küng will es hier noch mal wissen ich versuche es einfach noch mal wo es blase oft ja einigermaßen dabei können wir hier weg kommen wo sechs mann gruppe als aber auch gefährlich was ich hier mache glaubt das macht nicht so viel sinn aber vielleicht ist das gar nicht so verkehrt um das rennen hart zu machen damit sich die anderen hier nicht ausruhen können so jetzt geht es nämlich gleich rein zum pontio die sanremo ich hänge klar so einfach mal hier irgendwie hinten dran wo ist ein bisschen abgetrennt leider lasov sonst fahr doch mal hier irgendwie ein bisschen auf eigene aus screen attackiert wir haben vorne koch aller in gita hoch gibt gas junge versuche und vorne rein zu bringen so lang und schwer ist ja der potio auch gar nicht meinen wir haben jetzt schon einiges hier an energie verpulvert jo bestreite ich gar nicht aber trotzdem doch auch kann weg von poppel ist weg lasov ja nimmt sich hier erst mal zurück der folgt der folgt und vorne haben wir das feld lang gezogen aber hier irgendwen richtig distanziert haben wir noch nicht war attacke von egita toll jeter kann nicht mehr der alte lappen was sollen die scheiße daneben hintley habt alles nicht so recht was ich hier fabriziere wird alles wieder egalisiert somit wird wohl zu einem sprint kommen wo sind unsere jungs gita meos marco haller ist der einzige der richtig gut in position ist alter haller mit fan art die reißen hier eine lücke lasse ich das jetzt lasse ich das zu ist die frage nein ich will eigentlich da noch ankommen marco haller zieht hier voll vor weg warte mal wir wir brechen hier mal gerade ab marco haller sorry wenn ich hier mal so viel pausieren muss ungewöhnlich viel vier kilometer scheiße das zieht ja glaube ich allein nicht durch hindley will erst mal dahinter so dann geben wir gas egita meos lasov bus lasov lasov ist viel zu weit hinten fuck my life also fan art gana ala muhoric dann haben wir in gita wir fahren hier echt so mehrgleisig alle hängt sich da bei den anderen dran in gita wird hier angezogen ja lasov hat noch energie der ist aber viel zu weit hinten ich befürchte dass muhoric zu weit vorne ist oder meos was kann jordi meos noch ausrichten nicht viel marco haller volkaner und verkackt hier voll reißer alter das war ziemlich messi aber und not in a good way leonel messi der debuten gewinnt vor maz pedersen jasper phillipsen ich hab's mal ganz anders versucht als sonst hat überhaupt nicht hingehauen muss man am ende sagen einfach portio hoch so ineos sky train mäßig als erster in die abfahrt rein im sprint anfahren und dann gewinnen oder möglichst weit vorne landen jetzt haben wir uns hier viele noch überrollt ich dachte echt marco haller habe ich mit gana aus falsche pferd gesetzt wahrscheinlich aber ich dachte der kann wohl da nach vorne fahren ja krass wie gut die sprinter wie viel power die auch wieder noch hatten also dafür dass es schwer gemacht wurde man muss sagen jordi meos war einfach fast tot er konnte nichts mehr immerhin noch top ten aber neunter platz bei mail an sanremo also weil sie nicht weil ich das letzte mal so schlecht abgeschnitten habe aber irgendwie auch keine so richtig klare linie kein pferd auf das ich jetzt zu hundertprozentig gesetzt habe ich glaube das war auch mitunter das problem gehört mit dazu ich will ja auch mal ein bisschen was anderes versuchen und nicht immer nur nach dem schema f alles gestalten niederlagen gehören dazu das wird erstmal unsere sponsor nicht so erfreuen ja brügge de panne ist nicht unbedingt mail an sanremo vom stellenwert her aber trotzdem hoffe ich natürlich dass wir hier jetzt beide panne ein bisschen die schmach von eben wieder gut machen können komplett flach sehr wind anfällig bis meistens so ein ausscheidungs rennen vielleicht ein sprint aus einer reduzierten gruppe vielleicht wenn wir glück haben können wir das feld voll auseinander nehmen zum glück ist der wind nicht mehr ganz so broken wie noch vor ein zwei jahren bei pcm wo man wirklich komplett alleine ankommen konnte geht aber schon immer noch in die richtung dass das sehr einfach sehr vorteilhaft für uns als menschliche spieler ist versuchen mal offensiv was wie man das vielleicht in echt auch machen würde versuchen leute in die ausreißer gruppe zu setzen und den rest parken wir im hauptfeld für einen möglichen sprint aber mein team wird es nicht sein die die nachführarbeit machen um die ausreißer einzuholen ich wäre gerne selber mit dabei das problem ist dass wir bislang noch nicht so wirklich dürfen ich versuche es immer aber ja es klappt nicht so richtig bezieht sich allerdings nicht nur auf team bohrer sondern grundsätzlich kommen wir haben wir doch jetzt schon ein kleines loch da kann ich auch erst mal weiter fahren auch unabhängig von uns hat sich keine ausreißer gruppe kristallisiert aus kristallisiert nur der von hof hat sich vorne absetzen können gut ein diese vierer gruppe die ist halt auch nicht stark genug um durchzukommen ich hätte gern zwei dabei aber dürfen wir nicht mal gucken wer noch so dazu kommt über fünf mann sinds mehns gampa von hof rein das federauf na gut letztere sind auch schon platt das hauptfeld lässt aber nicht locker das heißt sie ist von anfang an richtig zuck auf der kette noch 160 kilometer und die krepieren hier schon alle aber der wind knallt natürlich auch rein also ich glaube fast es gibt heute gar keine richtige ausreißer gruppe na ja immerhin trio rund um gampa hat sich absetzen können weiterhin phasenweise sehr windig jetzt steigen hier auch uae und alpecin richtig im hauptfeld in die tempoarbeit ein und man kann schon sehen hinter dieser windmühle da reißen die ersten löcher und uns sind aber zum glück alle ganz gut platziert noch 32 kilometer in der ausreißer gruppe vorne war man sich gerade nicht mehr so ganz grün hat der mainz eben kurz attackiert da wieder ballerini versucht aus dem hauptfeld dahin zu springen kann sich aber nicht so richtig absetzen ja das ist ja immer noch relativ zerfahren mal reißen lücken dann werden die wieder geschlossen eine windzone haben wir gleich noch hier sind nur 20 km h ist nicht genug glaube ich um so richtig was auseinander zu fetzen aber gampa hat jetzt den sprung von o'brien ein bisschen verpasst kamper mausert sich hier echt zu unserem klassiker spezialisten zumindest ist er immer gut am start weil strade ja auch mit der performance seines lebens und hier mal gucken die schließen die luke aber immer noch nicht ganz jetzt nimmt man am hauptfeld wieder raus das ist jetzt wieder komplett beisammen also irgendwie ein bisschen wird solange wir noch nicht eingeholt sind die das noch jetzt nimmt der mainz hier aber auch völlig aus ich attackiere ihn mal kann der noch was mal gucken wenn wir uns hier zu dritt wieder zusammenfinden das wäre doch noch ganz nett attacken aus dem hauptfeld nils polit forciert hier mit van der horn aber von uno x direkt vereitelt 17 kilometer nach knapp 30 35 mann im hauptfeld da allen immer wieder welche raus noch zehn kilometer wir müssen jetzt mal so ein bisschen den switch schaffen gamper wurde eingeholt starke leistung von ihm kann man echt nicht anders sagen holen hat sich ein paar meter abgesetzt und brian immer noch vorne die letzte windzone ist jetzt auch zu ende ja jordi meos habe ich jetzt mal als helfer eingespannt da werde ich tun müssen das ganze ganz schön strecken um die noch zu kriegen ja aber o'brien ist platt holen auch am ende und jetzt geht es gleich darum dass wir mit marco haller den sprint anziehen für danny van poppel allzu viel kraft haben wir nicht mehr gamper hängt sich einfach so da hinten dran wo sind die anderen top sprinter so richtig krasse namen sind jetzt nicht dabei warten mal noch ein bisschen länger dass wir nicht zu früh dran sind wie ist die wegführung relativ kurvig habe ich mir nicht genauer angeschaut haller zieht an am poppel kommt jetzt die letzten 800 meter ich denke das wird klar gehen oder jawohl denn die fan poppel gewinnt hier berühmte panne vor kielig und liebens schöne leistung vom team patrick gamper krönt seine starke performance hier nochmal mit einem zehnten platz aber fan poppel lockt das ding ganz safe ein zugegeben die konkurrenz war jetzt auch nicht wirklich also flandern rundfahrt verdächtig so ehrlich muss man sein somit können wir vielleicht ein bisschen credit bei unserem sponsor wieder zurückgewinnen mit diesem sieg von danny van poppel weiter geht's mit dem nächsten klassiker und zwei e3 saxo classic wir haben hier bob jungelt seit längerem mal wieder am start nach seiner verletzung da ist noch nicht so ganz fit aber wird hier mal als helfer mitgenommen patrick gamper kommt wieder zum einsatz zudem haben wir einige im formhöhepunkt meos machio koch haller ich denke marco haller am poppel ist auch noch am start ist so unsere beste option für das tagesergebnis wenn gleich er außenseiter sind während wir hier jetzt bilder vom e3 rennen sehen hören wir mal rein was schon die meos unser belgischer sprinter zum bisherigen saisonverlauf sozusagen hat hey mr luke it's jordi i just wanted to talk to you about the early season this year so we had um some okay races but overall i am a bit disappointed about the early season so yes i got one victory which which was very nice but in my opinion and great races i didn't get the support from the team which i wanted and needed and i think with my abilities i deserve also i know that you have with alexander jay and primos now very good writers for the general classifications but also i'm a i'm a sprinter which can um provide many many wins so in my opinion it would be it would be fair to um took me in paris nice or the turiano but you didn't and i hope this situation is going to be better in the future especially with with the eye on the giro where i hope to can provide or deliver some some juicy stage wins but of course i need the support from the team what do you what do you say how how is the plan for the sprints at the giro d'italia yeah i just want to know because until now i'm i'm very disappointed from this season yeah the situation rund um unsere sprinter jordi meos und auch samuel sport aber an dieser stelle eher meos wird uns sicherlich noch ein wenig begleiten dazu an anderer stelle dann noch mal mehr schauen was meos hier heute zeigen kann der ist in guter form vielleicht ist es zu hügelig man wird es sehen ich hätte jetzt ganz gerne erst mal jemand eine ausreißer gruppe vielleicht versuchen wir das einfach noch mal ab ob jung ist leider ein bisschen weit hinten jonas koch muss ich gerade mal ein bisschen ausruhen ja eben wie hatten wir eine riesige ausreißer gruppe jetzt sind es nur drei leute gampa koch und heiduk fade aber wir versuchen mal so weit es geht zu kommen gampa wird sich hier für jonas koch aufopfern vielleicht können wir jonas ein bisschen weiter hier ins renn finale reinbringen und im raubfeld bleiben uns ja noch haller und meos angriff aus dem hauptfeld nils polen versucht ihr sein glück 60 kilometer vorm ziel dann hole für lidl track kontrolliert hier die meiste zeit das feld ab und zu gibt es hier auch immer mal löcher die so reißen ja ihr seht es ist noch relativ lang gezogen aber wir sind jetzt auch in einem park wo ständig wieder anstieg gekommen wie man das hier eben so gewohnt ist unsere jungs sind gut platziert patrick gampa seinen job gemacht der kann nicht mehr folgen also heiduk und koch ziehen jetzt alleine weiter im hauptfeld nimmt man gerade wieder etwas raus immer noch dreieinhalb minuten abstand hat sich wieder etwas vergrößert während jetzt olivera attackiert löst jetzt aber auch nicht unbedingt direkt aufruhr aus weshalb die leute sich überschlagen also die großen namen wort von art und so weiter behalten halten sich hier noch relativ bedeckt ich denke bei einem sprint hätten wir jetzt mit mir auch keinen schlechten karten auf ein gutes ergebnis mit von poppel und halla als lied out nils polen der teufels kerl hat es übrigens tatsächlich geschafft vorne anzudocken an beiden führenden kim heiduk wollte der jetzt gerade attackieren jawohl ja ich will wohl noch weiter zusammenarbeiten aber es ist nicht unmöglich dass die ausreißer tatsächlich durchkommen 38 kilometer immer noch über drei minuten heiduk polen und koch also rein deutsche angelegenheit hier seneschal setzt sich ab jetzt müssen wir hier aufpassen es geht rund phillipsen übernimmt die tempo arbeit für wen haben wir denn ist matthieu van der poel am start bei alpezin sieht nicht so aus wo ist denn wald von art von art abgeschlagen ja von poppel steuwen lascano meos die sind hier alle ein bisschen im hintertreffen nicht gut positioniert aber marco halla ist dabei marco halla ist in der gruppe e4 dabei mit zwölf leuten war beziehen mit der absoluten übermacht das war jetzt unsererseits nicht so die beste konstellation aber halla durchaus ein starker mann wir haben ja außerdem vorne noch jonas koch er hat sich inzwischen übrigens von nils polit abgesetzt also alle drei fahren da jetzt alleine wir sind auf der verfolgung von kinder kim haiduk jetzt über diese letzte welle wurde aber noch mal richtig drüber gebolzt so dass ich glaube ja im peloton wenn man so will gibt es den zusammenschluss aber auch direkt wieder attacken jasper phillips versucht sogar selber kiel ich hinterher das macht natürlich wenig sinn hier bei alpe 10 aber sei es rum also ich glaube kim haiduk kommt durch ich glaube den kriegen die nicht mehr auch hängt noch so in der luft eine minute dahinter von art ist jetzt auch wieder hier vorne am start meos mit einer reifenpanne ungünstiger zeitpunkt von poppel jungels von poppel hier vielleicht marco halla noch beschützen wir fliegen links und rechts immer wieder attacken noch mal eine steigung steuwen phillipsen von art attackieren hier speise jonas koch was machen wir ich koch war schon in der ausreißer gruppe wir hängen uns jetzt an lampad und seneschal dran die sind dahinter auch in einer guten ausgangslage wie ist jetzt aktuell die sache haiduk vorne ja scheiße ich glaube der wird doch noch eingeholt tut mir ein bisschen leid für ihn phillipsen von art steuwen jetzt mit krassem tempo lampad fährt das loch zu jonas koch also in guter ausgangslage seneschal am hinterrad dahinter haben wir dann marco halla in so einer 20 mann gruppe der ist auch noch gut dabei also wir haben diverse option müssen jetzt hier aber aufmerksam die position halten so vorne der zusammenschluss ja ich denke koch kann nicht mit den allerbesten hier mithalten aber ob sieben platz wäre natürlich schon starkes ergebnis und marco halla haben wir noch in der hinterhand vorne macht man jetzt nicht so richtig viel tempo kommt da noch mal der zusammenschluss es sieht ganz danach aus aber kurz davor attackiert steuwen wieder ich würde gerne marco halla an das hinterrad von jonas koch bringen um das dann möglichst auszuspielen denn die fan poppel ja er kann nicht mehr so wirklich wir haben jetzt vorne steuwen von art moritsch anodeli attackiert hier auch immer unermüdlich immer weiter geht es da voran 25 mann hier in diesem feld marco halla ist gleich ein bisschen zu früh auf sich alleine gestellt hatte kirch noch mal ja komm ich versuche ich versuche es einfach noch mal mit einer attacke die jetzt schon in den sprint übergeht das wollte ich eigentlich gerade noch nicht so unbedingt haben aber halla hat eine gute lücke gerissen schönes ding wir springen einmal nach vorne baut von art wird das ding hier wohl machen dahinter steuwen und marco halla kommt an marco halla hier irgendwie noch an jasper steuwen herankommen ich vermute nicht an art gewinnt steuwen aller und dann kommt philipsen aus dem hauptfeld alter halla wird hier dritter bei e3 starkes ding und dann der sprint aus dem feld an poppel und koch sind platt aber starke performance von jonas koch und auch von kim haiduk respekt muss man sagen marco halla hier mit platz 3 bei dem e3 saxo classic starkes ergebnis junge an poppel kommt auf der 19 ins ziel meos wäre eventuell auch noch eine option für den sprint am ende gewesen aber der hatte leider zu einem ungünstigen zeitpunkt eine reifenpanne ich bin mit dem ergebnis aber absolut zufrieden top 3 von art und steuwen kann man verlieren schönes ergebnis vom österreicher an der stelle möchte ich schon mal sagen dass wir hier zwei österreicher haben mit halla und gamper wie ich finde die sich schon mal für eine vertragsverlängerung empfehlen von beiden läuft der vertrag am saisonende aus auch patrick gamper bislang schon sehr stark performt wie ich finde unter anderem natürlich mit seinem sehr guten ergebnis bei strade bianca auf platz 3 und den abschluss für heute machen wir bei gent fevelchem in flanders fields ja auch in flandern den ein oder anderen kleinen kopfstein pflaster abschnitt und leichte steigung haben wir ansonsten überwiegend flach teilweise auch windanfällig kann alles geben vom solosieger bis hin zum massensprint oder massensprint artiger ankunft heute ist mein ziel dass wir den laden zusammenhalten und nachher jordi meos einen ordentlichen sprint anfahren typisch belgisches wetter mit wind anfälligkeiten dementsprechend ist das hauptwelt hier sehr in die länge gezogen von haben wir vier ausreißer die sind so sechs minuten weg aber wir haben auch noch 150 kilometer wie gesagt auch aufgrund dessen was wir zuvor schon mal gehört haben denke ich habe jordi meos ist sich absolut verdient hier mal auf ihnen voll und ganz zu setzen denn es ist ja eine flache ankunft ich werde alles daran setzen dass es hier zum sprint kommt sollte der jetzt irgendwie ausfallen schlechte beine unterwegs haben stürzen und so weiter klar da müssen wir natürlich adapten aber dass sie jetzt erst mal so der plan ich denke wir haben auch sehr gute anfahre dabei ich meine bei der ua e tour zum beispiel ja da ist er zwar mitgekommen aber hatte wirklich nicht so realistische chance da ein gutes ergebnis einzufahren das hauptfeld ist ordentlich zusammen geschrumpft sind noch 60 kilometer aber die ausreißer haben auch immer noch knapp drei minuten vorsprung also so langsam mache ich mir ein bisschen sorgen ich hoffe mal auf mehr unterstützung der anderen aber das war es mehr leute da werden auch wohl nicht mehr viele zurückkommen jetzt macht sogar olaf koi hier schon selber die führung sich aber ich meine klar die haben noch zig andere leute von art ist sicher die beste option aber ein koi führen sprint zu haben den würde ich jetzt nicht 55 pro ziel da in die führung stecken hier gibt es halt auch nicht mehr so viele leute jumbo also wismar hat nur noch koi und fanart traurig also das war schon richtig hartes rennen aber irgendwann wird den ausreißern auch die kraft ausgehen denke ich wir können uns ja mal anschauen wenn wir überhaupt dabei haben batistella serrano gasset und viviani im jahr nicht fällt jetzt zurück und baut man hat attackiert 46 kilometer vorm ziel dem a geht hinterher ja ich hoffe darauf wenn wir jetzt diese 22 so richtige anstiege haben wir noch dann noch windzonen aber überwiegend flach dass wir dann so ein bisschen mal regenerieren können also viele leute und von poppel sind mehr oder weniger am arsch letzter kurzer anstieg kennelberg wir haben vor eine ganna von art dem a und paulus die sich zu den resten der ausreißer gruppe gesellt haben also die haben da tatsächlich angedockt bin jetzt nicht mit einem mit gesprungen also mega groß ist der abstand jetzt nicht aber ja schon die meos ich hoffe du regeneriert noch mal marco halla ist natürlich ein zäher klassiker hund der wäre ja eigentlich heute wahrscheinlich die beste option hier können wir da aber auch nicht mehr zusetzen soll jetzt läuft alles wieder zusammen es gibt immer wieder attacken tausende hintereinander hier aber ich gern will darauf und bin nicht mitgegangen jetzt haben wir glaube ich eine attacke die und max pedersen und philippo ganna mal gesessen hat jetzt geht das loch auch auf eine minute aber noch 20 kilometer ich baue weiter auf meos war das die richtige entscheidung das ist die frage vorne haben wir ganna pedersen polit und bettion und dahinter marco halla jetzt wohl oder übel natürlich irgendwann auch mal die tempo arbeit übernehmen muss vorne nimmt man etwas raus wir haben einige am hinterrad es ist ein gamble wir werden die werden eingeholt von euro aller zieht weiter durch die meos kann nicht mehr viel akkermann jakobsen alter alle sprinter am hinterrad wir warten ich warte mal lange sonst haben wir nämlich gleich keine power mehr aller meos wird abgeschossen kann johnny meos da noch mit viel speed ankommen ja aber es ist zu spät anodeli gewinnt vor dem maus denke ich hätte ein bisschen eher ansetzen müssen mit der geschwindigkeit scheiße er noch ein bisschen mehr drin gewesen am ende ist platz 8 und 10 aber für den sieg jetzt nicht gereicht hätte aber etwas eher starten sollen gerade naja johnny meos ist auch noch nicht so der klassiker fahrer und so ein helfer mehr hätte glaube ich noch ganz gut getan mutig wäre mit halla ein bisschen mehr drin gewesen aber weiß ich auch nicht ob wir den sieg da errungen hätten mit dem blick aufs ergebnis verabschiede ich mich aus der heutigen folge vielen dank fürs zuschauen ich hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt mr luke zockt pro cycling manager 2023 bis dahin macht's gut ciao